Let's Develop Und heute werden wir uns mit Input und vielleicht das erste Skript sehen. Wenn ich jetzt hier starte, dann ist die Steuerung, ja die Steuerung, die ist jetzt so vorgefertigt von den Standard Assets. Es ist nicht gut spielbar, es ist, man kann hier in der Luft, hat man kaum Kontrolle über sich selbst. Und ich habe jetzt vorgeschlagen, ich werde jetzt da die Standard Assets, also die Standard Assets, die will ich raus haben. Deswegen, hopp und weg sind sie. So, weg ist das Standard Asset. Und dann werde ich das Lighting verändern. Ich werde da jetzt eine Default Skybox haben. Oder, ich gehe her und gehe in den Assets da und schaue mal, ob wir eine Skybox finden, was so halbwegs vernünftig ist. Ich finde bei mir keine vernünftige Skybox. Okay, mein Internet ist gerade ziemlich langsam. Ja, ah, da ist das lausend lieber. Aber auf jeden Fall, ich nehme jetzt einfach die Unity Default, die Unity Skybox. Ich stelle jetzt das einfach nur ein bisschen heller als die Ambient. So. Da ist das alles ein bisschen, dass man die Umgebung sieht. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe den Spieler gekillt. Also ich habe das Ether Model oder was auch immer das war, habe ich zerstört. Wir werden uns da mit dem später auseinandersetzen, also was Animationen anbelangt. Auf jeden Fall werde ich mich mit dem jetzt nicht auseinandersetzen. Genau, das war jetzt das FireDest, deaktiviere ich jetzt. Nein, das kann ich eigentlich aktiv lassen. Das ist jetzt nur das Light. Ich habe jetzt da, jetzt fällt natürlich da die Skripte. Ich weise dem jetzt da irgendwann zu und dann lösche ich es. Hauptsache, ich kriege die fehlenden Skripte weg. So, ich habe jetzt die weggebracht. Und ich überschreibe jetzt da einen Example Player. Weil das sind die Essentials, das ist alles, was ich selber gemacht habe. Ich möchte, dass da nichts Fremdes drin ist. Und da gehört genauso, kein Standard Assets 3, weil das Standard Assets ist, kann man sich jederzeit holen. So, was haben wir da jetzt vorliegen? Wir haben jetzt da nur noch einen Kapsel Collider, aber wir haben da jetzt, ich werde jetzt das Startdruck. Ich kann mich jetzt weder bewegen, ich kann jetzt, aber die Kamera funktioniert. Die Kamera natürlich, weil das habe ich selber geschrieben. Genau, das ist das, ich kann natürlich schießen, also das ist das Bullet System von mir, kann ich verwenden, aber ich kann mich nicht bewegen. So, das erste, was wir dem zuweisen, ist jetzt einmal ein Model. Also, wir fügen da ein 3D-Objekt hinzu. In dem Fall ein relativ simples Objekt. Habt auch mehr 10 Spieler da. So, ich bin jetzt keine 3D-Artist, aber es reicht mir jetzt, wenn ich ein normales 3D-Model da vorliegen habe. Sample Player, ja, das ist der Kapsel Collider. Kapsel Server. So, jetzt schau ich mal, den Kapsel Collider mache ich jetzt. Ich mache da jetzt ein Radius von 1. Was ist denn, was ich da tue? Das ist Höhe, jetzt war ein Meter groß, okay, so. So, wir haben jetzt da die Kapsel, die müssen wir jetzt ein wenig so hin so hindrehen, dass das so halbwegs passt. Brauchen wir gar ein Material und dann können wir eigentlich schon anfangen, äh, ja, ich sag das jetzt Player. Ja, da drauf, nehmen wir irgendein billiger Text. Hauptsache, der ist nicht komplett weiß. Also, das ist das Fickste, so. So, jetzt habe ich da, das ist jetzt, das war dann unser Player-Model. Wir werden da natürlich später ein anderes Model holen, ich tue das jetzt, ich muss das jetzt weg, das stört mir jetzt. Okay, das muss ich weiter aufsetzen. So ungefähr noch ein bisschen weiter auf. So. So, das ist der Collider jetzt, ne. Wenn wir das jetzt anschauen, dann ist das ist das jetzt der Player. Ja, das ist, das schaut ein wenig, das schaut, der schaut relativ dick aus, oder, ja. Machen wir den, ich mache den jetzt ein bisschen kleiner, weil in Wirklichkeit ich mache den jetzt 0,2 und da muss ich aber die Kapsel auch 0,4 machen, weil das ist natürlich ja, das ist, ist ja wurscht, das ist jetzt nur der Placeholder. Auf jeden Fall ist das jetzt, das ist jetzt vorerst einmal unser Spieler. Und was wir jetzt implementieren wollen, ist, dass wir uns bewegen können. Und dazu mache ich jetzt bei den Essentials sogar einen neuen Folder. Ich mache jetzt einen neuen Folder, weil das ist ein Skript, das wäre einmal noch ein aufgeholt, ne. Und ich sage, ich nenne es jetzt Player Controls. So, und dazu mache ich ein neues Skript und ich nenne es jetzt Third Person Controller. Und das da ist jetzt unser neues Skript, ne. Das Skript, das hängen wir jetzt da gleich dran. So, was das jetzt ist, das ist jetzt das erste Skript, das heißt, das ist jetzt eine Einführung ins Sharp. Also, das ist jetzt ein Beispiel, wie man was implementiert und programmiert. Jetzt, was haben wir da? Wir haben jetzt, Alter, das ist der falsche. Wir brauchen das Rigid Body da. Da haben wir es das her. So. Wir haben jetzt da natürlich die ganzen Skripte, natürlich. Das da, ne. Das ist der Bullet Launcher zum Beispiel, ne. Der macht das jetzt, der macht das aber, wenn wir klicken, dass da schon was geschossen wird. Was wir da haben, ist jetzt ein Rigid Body und ein Capsule Collider. Der Capsule Collider, der bewirkt, dass wir eben nicht durchfallen durch den Boden, dass wir kollidieren. Und der Rigid Body, der gibt dem, der macht das dem ein physisches Objekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklick, nach einem öffnet Sie Visual Studio oder Mono Develop, je nachdem, was man für den Editor verwendet. und was man jetzt sieht, das ist natürlich, natürlich C Sharp Code. Man hätte ein JavaScript Script verwenden können, aber ich verwende C Sharp. Und was da jetzt passiert, das ist jetzt Programmieren. Also das ist natürlich, da habe ich gesagt, wir fangen jetzt mit den ganz einfachen Sachen an. Also was Programmieren anbelangt, das ist natürlich so, dass man, also das jetzt natürlich nicht von heute auf morgen lernt, das heißt, dass man natürlich sich viel selbst aneignen muss. Also das, was ich da jetzt erkläre, ich kann jetzt erklären, ja gut, es gibt jetzt Variablen, also wir haben jetzt da zum Beispiel ein Rigid Body. Das ist jetzt so was, Rigid Body, ich mache jetzt Unterschied, ja, Rigid Body. Was das jetzt ist, das ist eine Member Variable, das heißt, dass wenn ich das Public mache, nachher ist das quasi ein, aber weiß quasi auf Objekt. In dem Fall ist das jetzt nicht, ist das da jetzt null, also das heißt, da ist jetzt kein Objekt da. Das heißt, wenn ich das jetzt da rein zirke, also quasi nachher, dann ist das da, das ist Rigid Body da. Also vom Example Player, das Rigid Body. Das ist jetzt eine Variable, ne? Auf die Variable kann ich jetzt da in der Funktion Rigid Body kann ich zugreifen und da kann ich jetzt verschiedenste Sachen, ja, auslösen. das Wichtigste, was wir jetzt haben, ist jetzt, jetzt setzen wir, jetzt legen wir ein paar Variablen fest, die erste Variable, was wir brauchen, das ist jetzt natürlich eine Geschwindigkeit, also wir wollen uns bewegen können, das heißt, wir brauchen einen Parameter, wie zum Beispiel Move Speed, also das ist jetzt ein Float, ein Float, ein Float Server, das ist jetzt eine Variable, was eine Kommazoll besitzt, also das heißt, dass 0,3, das wäre zum Beispiel ein Float, aber bei einem Float musst du da noch F dabei stellen, dass du weißt, dass dieser Float wirklich ist, es gibt dann noch Integer, Integer kann noch eine ganze Zahl wie 5 sein, in dem Fall haben wir aber einen Float, also ein Move Speed, das ist dann ein Multiplikator, der wird dann mit der Move Speed multipliziert und dadurch ergibt sich dann die Geschwindigkeit vom Gegner, wenn ich jetzt sage, ein Update, wir wollen jetzt auf die In-Eingabe reagieren, das heißt, ich gebe dem jetzt ein, die gibt jetzt eine andere Variable und zwar einen Vektor 3, der heißt Move Direction, der gibt einfach nur an, in welche Richtung ich mich bewege. Der Vektor 3, das ist ein Vektor, also im Raum quasi, also der hat x, y und z-Koordinate, ist auch, also die einzelnen Koordinaten sind natürlich auch Floats und der gibt dem, da gibt dem an, in welche Richtung das sich das Objekt bewegen sollt. Jetzt, was ich da sagen kann, das ist, dass, jetzt kommt, jetzt kommt das Input, also wenn ich jetzt Input sage, dann kann ich jetzt sagen, get key, glaube ich heißt das, oder get access, genau, get access, weil das ist ein Wert zwischen 0 und 1, oder es ist jetzt ein flüssiger Wert, weil, die Achsen, die sind von dem Knubbel da, es gibt da so einen kleinen, also die Joysticks haben ja so einen kleinen, Joysticks, die sind recht klein, die, man kann sich damit eben langsamer und schneller bewegen und, das heißt, dass es natürlich ein Wert ist zwischen 0 und irgendein anderen Wert. Wenn ich da jetzt schaue, man kann da jetzt hergehen auf Input, und da sieht man jetzt schon ein paar Voreinstellungen, also es gibt da schon horizontal und es gibt da schon vertikal, ne, und die Werte, was man da hat, die sind schon von Unity vorgegeben, die kann man jetzt auslöschen, aber wir werden jetzt die einfach vor definierten verwenden, weil es spricht nichts dagegen, warum man das nicht verwenden sollt, also wir haben das horizontal und vertikal und ich kann jetzt so GetAccess, so, was das jetzt ist, Input Punkt GetAccess, das da, das GetAccess ist eine Funktion, ne, wenn ich da jetzt die Klammer auf, ergibt noch und kommt gleich die Autovervollständigung, das ist wichtig beim Programmieren, ohne dem kann man eigentlich nicht vernünftig arbeiten, ne, die Auf, die, 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 Ausgabe, Eingabe Vervollständigung, oder, ja, das schlägt quasi schon Sachen vor, also da gesteilt zum Beispiel, dass ein String verlangt wird und da muss man jetzt wirklich den String eingeben horizontal, ne, so, und wenn ich jetzt da drüber fahre, ne, dann sieht man die Funktion wird dann float, ne, das heißt, ich sage jetzt da einmal, jetzt einfach das halber, äh, Move Direction Punkt X ist gleich Input Punkt GetAccess horizontal, das heißt die Update Funktion wird je pro jeden Frame aus, also wird das wird pro jeden Frame aufgeroffen, die Start Funktion wird nur am Anfang einmal aufgeroffen, da gibt es auch noch, in der Dokumentation muss man genau nachlesen natürlich, so, was ich da jetzt habe, ist Move Direction X ist Input Punkt GetAccess Horizontal, das heißt, dass die X-Achsen die Horizontal und da nehme ich jetzt die andere Radikal und da muss ich Z nehmen, weil Y ist noch in die Luft und wir wollen ja nicht in der Luft herumfliegen so, das heißt, nach jedem Update wird das Move Direction verändert und zwar je nachdem in welche Richtung wir drucken halten und jetzt tue ich da andere Funktion dazu da ist jetzt ein Wald Fixed Update das sagt genau aus dass auch das wieder aufgerufen wird aber das Problem ist das Update wird nach jedem Frame aufgerufen das Fixed Update das wird immer nur noch 60 Mal in der Sekunde aufgerufen Egal wie schnell das Update ist das Problem ist das wenn ich jetzt bestimmten Code in die Update Funktion ein tue zum Beispiel dass ihr da eine Kraft auf ein Objekt drauf rechnet die wir zum Beispiel das geben wir ein und zwar sage ich da jetzt Rigidbody und Adforce und da sage jetzt einfach Adforce Move Direction jetzt addiere ich da eine Kraft auf und jetzt kommt der Move Speed Multiplikator drauf und dazu wenn ich das jetzt da zum Beispiel auf addiere das addiert jetzt addiert er in alle also 60 Mal in der Sekunde addiert er die Kraft auf weil das aber jetzt im Update drin war und ich hätte jetzt einen schnellen Rechner dann wird der das 1000 Mal Schauen wir mal was für Framerate ich habe können wir nachschauen ich habe jetzt das Descript gespeichert jetzt schauen wer das setzt ok ich habe jetzt 60 fps das heißt es ist wahrscheinlich limitiert jetzt sage ich was jetzt gehe ich her jetzt gehe auf die quality settings da kann ich was ausstellen und zwar kann ich das Vertical Sync ausstellen Don't Sync wenn Start dann fährt der volle Leistung und ich habe 1000 2000 fps das heißt dass er das Adverse 2000 mal aufrufen würde wenn ich in Update Funktion warte das heißt ich würde mich voll schnell bewegen jetzt wenn ich langsam rechner habe der wie zum Beispiel mein Laptop vom Studium da läuft es nur bei 60 fps dann würde sich der voll lang bewegen aber ich will nur dass das Spiel fair bleibt und dass es egal ist welchen Rechner das wir haben deswegen tun wir so was immer in Fixed Update das Auslesen vom Controller muss man wenn Update tun aber die Kräfte addieren sonst wird das vom Gameplay her ziemlich problematisch schauen wir uns ob man mich bewegen kann nein ich kann mich nicht bewegen und zwar aus dem Grund weil natürlich die Move Speed 0 ist wenn ich schaue wenn ich drücke jetzt die Tasten also ich drücke jetzt vorwärts W und W wird 1 wenn ich jetzt natürlich S drücke dann wird das minus 1 und links und rechts links ist A und rechts ist D natürlich also D wird 1 und und das was ist der für Knopf A was ist was kommt das A Knopf das ist der minus 1 jetzt kann ich glaube das geht sogar mit dem Controller ich kann den jetzt nicht mehr jetzt wenn ich den Knubel weg dann kann ich sogar schau jetzt bin ich sogar diagonal also leicht diagonal so zum Beispiel mit dem joystick also der linkere joystick vom xbox controller mit dem man Dark Souls spielt und so jetzt kann ich mich nicht bewegen weil natürlich da die MoveSpeed 0 ist und das müssen wir jetzt tweaken also das heißt wir zue jetzt einen Wert drauf ich bewege mich ok er fällt um ja das war jetzt nicht schlau ich zue jetzt da ja schau ich bewege mich jetzt nach links und nach rechts aber der fällt um ja merken wir uns den value merken wir uns einmal 30 dann schauen wir mal was wir jetzt noch einstellen können und zwar müssen wir jetzt noch einstellen dass er eben nicht umfällt gibt es da ein Constraint und wir wollen dass wir die 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 Rotation einfrieren genau so jetzt kann er nicht mehr umfallen er kann sie noch zwar drehen so was hängen wir da das ist eben die bewegung das heißt er bewegt sich halt wirklich da ist auch so eine Kante wir hängen an der Kante fest da gibt es auch noch was da kann man auf jeden fall weil ich kann mich jetzt bewegen ich kann überhaupt die Rotation einfrieren also das aber das ist jetzt natürlich eine ziemlich ungewohnte Steuerung also das ist jetzt nicht so wie ein Darksos zum Beispiel wir wollen jetzt zum Beispiel dass der noch in die richtige Richtung schaut also der schaut immer in die Richtung in der er sie bewegt und geht auch immer in die Richtung in der er sich bewegt aber das werden wir beim nächsten Video machen wir jetzt einen guten Einblick mal im Programmieren gegeben was man so implementieren kann jetzt nur ein Beispiel für die Steuerung als nächstes werden wir jetzt die Steuerung verfeinern dass wir uns sinnvoll bewegen können dass man immer in die Richtung bewegen in die Kamera schaut weil wir wollen maximale Kontrolle über den Spieler haben weil nichts ist nerviger als wenn die Steierung nicht gut ist also dann ich werde jetzt speichern und schreibt in die Kommentare was du sehen willst und wir sehen uns dann beim nächsten Part okay bis später ciao